Willkommen Freunde zurück bei Skyrim auf dem wir im letzten Part ein Lied von ihm gehört haben Gehen wir jetzt einfach mal weiter Was ist das? Schneebeere, ne warte mal, Schneebeere wollte ich nicht haben Tollkirsche Wo findet man denn Tollkirsche? Irgendwann werden wir schon finden Deshalb ist nur die Frage Wann Kommt der hier hoch? Tatsächlich Sockel aktivieren können wir gar nicht Das heißt wir kommen wahrscheinlich gar nicht rein Wenn es ihm überhaupt einen rein gibt Da fehlt uns wohl noch irgendwas Schade Na gut Da vorne läuft jemand Mal schauen Ob uns derjenige Wohlgesonnen ist oder ob er sterben möchte Das ist so eine Kajik-Karawane So viele wollen nicht mit uns sprechen Sie nennen uns Diber und Schmuggler Ich bin froh, dass ihr nicht zu ihnen gehört Hm? Dietrische Zauberblatt Ne, sorry Möge euer Weg euch zu warnen Wüsten fürhandeln Dieser Kajid bewacht die anderen Ah ja, okay Banditen belästigen die Karawane mit jedem Schritt Aber Kajid vertreiben sie normalerweise Habt ihr Ärger? Vor ein paar Tagen geriet ich in einen Hinterhalt Wirklich ein großes Ärger Aber viele der Plünderer Hatten flinke Finger Einer von ihnen Stahl Mein Mondamulett Das mir meine Mutter gab Als ich noch klein war Es ist das einzige Das mich in diesem kalten Land An meine Heimat erinnert Ich kann... Ich könnte euer Amulett zurückholen Das ist ein freundliches Angebot Wir glauben, dass die Banditen Teil einer Gruppe sind Die hier ihr Hauptquartier hat Seid vorsichtig Ich vermisse zwar mein Amulett Aber ein Leben lässt sich nicht so leicht ersetzen Bewachte die Karawane? Ja Ich wurde angeheuert Die anderen zu beschützen Während wir auf den Straßen von Himesrand unterwegs sind Es ist eine undankbare Aufgabe Und ich werde viel lieber zu Hause in Elsweyer Aber ich habe keine Wahl Akari befreite mich aus einem Gefängnis in Sirodil Und nun stehe ich in seiner Schuld Ich gebe euch einen Rat Spielen und trinken passen nicht zusammen Gemeinsam leeren sie eure Taschen bis auf den letzten Septim Mit welchem Bedrohung muss die Karawane fertig werden? Ja... Ich gebe euch einen Rat Ja... Hallo? Ich gebe euch einen Rat Spielen und Himmelsrand Ist voll von gefährlichen Bestien aller Art Wölfe, Trolle, Mammuts und Riesen Würden uns alle gerne verspeisen Aber die Drachen sind am furchterregendsten Glücklicherweise scheinen sie nicht entlang der Straße zu jagen Dann laufen wir zu Möge euer Weg Euch zu warmen Wüsten führen Dann laufen wir zu den anderen Riecht ihr diese frische Luft? Wahrlich, das ist ein guter Ort, um ein Lied anzustimmen Möge 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 Ne, nix, ja Holen wir immer sein Amulett zurück Soviel zum Thema hier in der Nähe Meine Güte Möge Möge Egal Dann müssen wir die Karawane hinterher auch noch wieder finden Ach du meine Güte Das kann ja lustig werden Oh Bitte Ich mache mich aus dem Stab Ist er halt so bescheuert? Oh, das Wir haben ein Nierenwurzbild gefunden Wie geil Cool Ja Okay Wir müssen doch nur irgendwie 10 von 20 haben wir 10 von 20 haben wir noch�를 Ausrüstung Läuft er einfach rein Hä Ausrüstung 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 Okay, jetzt ist es nur die Frage, wie kommen wir hier rein? Ich liebe gute Kämpfe! Wie kommen wir hier rein? Das war's toll, es ist zu! Hintereingang gibt's bestimmt nicht! Tja, wo sind wir? Wir werden versuchen, einen Weg zu finden, um da reinzukommen. Aber es sieht doch sehr schwach aus. Obwohl... Jetzt sind wir drin! Was für'n Schrei hatten wir eigentlich? Wirklich? Verdammt! Aua! Da oben! Wirklich? 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 nichts ich schwöre es, ich werde euch töten Aua Aua Machst du gar nichts, denn du bist weg Gucken wir, ob was teuer ist, die öffnen können, dass Lydia auch hier reinkommt Was ist das? Das heißt, man musste wirklich einen anderen Weg finden, um rein zu gucken Na gut Wenn dem so ist Okay, dann schauen wir mal, wo war hier Das Amulett finden, da will ich nicht drauf treten Danke Lydia, die will uns umbringen Was ist das? Das ist aber ein Überreifung Was ist das? Das werdet ihr büßen Ich kann euch nicht Wir büßen So Tod gebüßt Schick aber Und schlüsse Ich weiß euch das Herz Zack Was ist das? Was ist das? Was muss jemand von mir sagen Es war nicht zu erraten Dass einer muss gestarten Okay Okay. Wir haben als dreier Bürger betreten. Ist da jemand? Ich dachte, ich hätte etwas gehört. Erstmal den Hexer. Vorher haben sie totmacht. Okay, dann nehmen wir... Ja. Loppen. Entschuldigung. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Das kommt hier. Was ist denn? Euer Kälte! So, Lydia kann schon später danken. Oh, dann können wir jetzt... Hey! Uh! Aua! Oha! Das hat schon fast ins Ouge gegangen. Ich glaube, das haben wir schon. Ich glaube, wir hatten... Doch nicht! Und irgendein Sack greift uns einfach an. Ich würde sagen... Wir nehmen mal einen Schluck... ...hiervon. Wirklich, hast du das? Oh. Wie das mit den Glocken einfach nicht klappt. So. Ich hoffe, ich verlaufe mich hier nicht so sehr, dass ich gleich wieder zurückfinde. Was war das? Wie hier drüben! Zeit zu sterben, Herr Held! Meine Güte. So. So, so. Hoppala! Zack! Oh! Ein Besen. Was ist das denn hier? Ich muss auch nur Eisen. Okay, erstmal wieder zurück. Wir müssen irgendwie das Halsband finden. Vielleicht doch besser erst in die Wand. Alles wieder zurück. Okay. 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 Im nächsten Part geht es mir weiter. Ich sage bis dahin und ciao.